Buonasera, liebe Gäste, Buonasera, heute werden wir auf eine Reise gehen. Buonasera, liebe Gäste, Buonasera, weg in die Sixties und das kann man gut verstehen. Denn damals, in den bunten 60er Jahren, gab es viel Musik, die man auch heute noch kennt. Warum möcht ich heute die schönsten Schlager spielen, dabei wird sich mancher wieder jünger fühlen. Ja, wir machen eine Reise in die Sixties, Buonasera, liebe Gäste, komm seid dabei. Ba 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 ba, Buonasera, seigneurina Buonasera, Buonasera, auch für dich mein Napoli. Ohne Sterne, den Jodina, ohne Sterne, den Mond, die Sterne und auch die Welt, die sich liebt. Genau, meine Musik. Und die ganze Nacht und meine Liebe, denn mein Herz gehört nur in mir und in mir allein. Und ich habe für meine Normalität gehört nur Liebe, das ist nicht schwer für ein Herz und voller Liebe. Sag mir einmal noch, dass es für uns so bliebe. Ohne Sterne, Senorina, komm uns an ein. Ohne Sterne, Senorina, komm uns an ein. Ohne Sterne, liebe Gäste, komm uns an ein. Ja, das geht doch schon mal gut los. Also, noch mal auf Deutsch die Begrüßung. Toll, dass ihr alle wieder da seid. Es gibt ein paar kleine Ausfälle zu beklagen, aber ansonsten denke ich mal, zu beklagen. Ja, wir haben ja neues Material mitgebracht. Ja, ich gucke. Wie hast du die überreden können, ne? Ja, ich habe mir alles erzählt. Alles? Nicht alles. Auch das vom Rhein damals? Ja, psch.